Was bringt uns denn der neue Tag? Das ist die Frage. Sally ist da. Erstmal wieder Brief vom Finanzamt, ist klar. Animal Research. Danke sehr. Danke sehr, Wasser John. Auch noch eine Onion und Irwin. Onion, ist wohl Onion-Zeit zur Zeit. So, wir müssen natürlich, egal was, erst mal wieder los. Klöver. Ach nee, Sally heißt du ja. Klöver ist ja die mit den Klamotten. Brauchst du irgendwas? Ein Silver Patch willst du haben. Alles klar. No Problem. Ja, mhm, mhm. Ja, 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 ja. Hi. Du, ich muss mal eben den Vogel wegbringen hier. Der hat nämlich eine Meise. Ja. Ja. Magpie for a limited time. Ja, aber muss ich ja nicht mich drum kümmern, ne? So. Dann gehen wir mal wieder unserem Job nach, indem wir... Die habe ich auch nie weitergebaut, ne? Ich hätte gerne so eine Brücke darüber... Also schön geradlinig, weißt du? Aber nö. Da ich ja zu Fuß nach Hause gefunden habe, steht natürlich mein Boot hier, ne? Ist klar. Heute regnet es nicht. Wollen wir mal gucken. Vielleicht finden wir das Viecher jetzt. Oh. Wirklich ist ja alles. Wo wir schon mal dabei sind, können wir natürlich auch Bananen sammeln. Aber jetzt ist natürlich erstmal viel wichtiger... Boah, ihr geht mir ja gerade ein bisschen auf den Sack ernsthaft. Weil ich habe überhaupt keine Zeit für euch, kackten Viecher. Und ihr macht hier nur so einen Stress. Wolltet ihr denn wirklich ausgerottet werden? Ist das wirklich euer Lebensziel? Ich kann nichts dafür, da muss ich mich mitnehmen. Da ist... Da ist der Looter in mir. Wir haben ja auch nicht mehr so wahnsinnig viele Tage, August. Autum, ne? Herbst. Und dass ich das Viecher auch jetzt mal langsam finden möchte. Weil abgeschlossene Aufgabe und so, ne? Was ist das? So, alles mitnehmen. Hier alles mitnehmen. Der Natur muss man helfen. Hallo, ich bitte dich. Das ist halt das Problem. Der Natur muss man helfen. Die kommt nicht alleine klar. So. Ist aber immer noch die Frage, wo ist dieses verkeimte Tier, was wir hier so händeringend suchen? Ist auch richtig, ne? Herbst. Wir haben Herbst, ist korrekt, ne? Autumn, ist Herbst, ja. Wie gesagt, in den Morgenstunden soll hier so ein Viech rumlaufen. Aber ich sehe hier nicht. Tja, was macht man, wenn man es nicht findet? Ich meine, ich habe ja jetzt, also, ne? Ich weiß ja auch nicht, was man da macht. Wir haben das Buch, wir sind gut bewaffnet, was das angeht. Man könnte natürlich auch auf einem der äußeren Inseln sein, das weiß ich natürlich nicht. Das kann ich natürlich nicht sagen. Das kann ja sein, dass man sagt, okay, komm, da machen wir extra auf einer der Außeninseln noch so ein Ding. Aber das wäre ein bisschen, ein bisschen eichunfair, finde ich. Aber hier ist auch nichts, ne? Also, welches Tier wird gesucht? Der Birdwing Butterfly. Der soll sich tagsüber, oder morgens, und noch haben wir ja morgen, in den Tropen aufhalten, während des Herbstes. Aber ich muss ehrlich sagen, ich finde den nicht. Los, Specki, komm doch mal da hoch jetzt. Ich meine, die Tropen sind groß, das stimmt, aber... Wir müssen zum Beispiel auch noch eine besondere Krabbenart in den River finden. Die sind im Sommer und Herbst sind die da. Sommer. Ich habe noch viel mitgeblieben, also da führt kein Weg dran vorbei. Ich habe noch viel mitgeblieben, also da führt kein Weg dran vorbei. Der Kindy ist aber auch relativ wenig Getier, oder? Wie seht ihr das? Jetzt kommen wir ja ins andere Biom. Mir wird zum Beispiel einiges gar nicht angezeigt, warum auch immer. Aber hier ist auch wieder Tropen, ne? Vielleicht ist ja mein Burau kaputt, man weiß es ja nicht. Und hier ist ein bisschen Tau Emerald. Hier ist nix und hier ist ein anderes Biom. Das können wir natürlich mal fangen, wegen des Geldes, ne? Aber ansonsten haben wir dich ja schon, sonst hättest du ja ein Fragezeichen. Also Fliegen, Stinkkäfer, davon haben wir massenhaft gesehen. Aber von dem, den wir suchen... So, jetzt ist 12 Uhr. Für mich ist jetzt nicht mehr morgen. Und ihr seht, nix mit Fragezeichen. So, hier muss aber noch irgendwo was runtergekommen sein. Da, dann lass uns da noch mal eben hinlatschen. Ihr kommt da bestimmt schnell an. Ja, im Bruch nicht, Fussel. Schon den Boa-Mangenehme. Einmal die Müllinsel auseinander nehmen, alles klar. Hier, Lacky Diaz, Scarlett Johansson. Schauspielerin, oder? Ich weiß auch nicht. Aggressionstier natürlich wieder, ist klar. Ich hab gar keinen Bock drauf, dich zu töten, verstehst du? Das ist der Punkt, ne? Eigentlich hab ich da gar keine Lust zu. Wir müssen ja auch noch den Rest machen, ne? Also nicht, dass jetzt einer hier auf die Idee kommt. Oh, der hat ja Zeit. Da ist noch ne Tau Emeril. Haben wir noch Platz? Na, wenig. Ach komm, lass die blöde Tau Emeril. Aber wir müssen ja noch zu diesem Wrack. Das ist wahrscheinlich auch ne schlechte Idee. Stinkbückchen. Stinkbuck. 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 Mal ein Harlequin. Und natürlich, das Inventar reicht. Natürlich vorne und hinten nicht aus, ist ja klar. Uh, da ist was kaputt gegangen. Müssen wir mal reinstechen, oder? Da geht ja wieder gut los. So. Gut. Machen wir das so. Und was haben wir denn noch? Ähm. Super. Das sah komisch aus. Das hat meine Aufmerksamkeit erledigt. Ich habe gesehen, dass das Blumen sind, ne? Aber die hatten so einen Blauschimmer dabei, weil direkt dahinter das Eisen war. Auf sowas achte ich dann, Leute? Schon wieder puckelt voll. Ja, das hat Ding noch liegen. Nehmen wir die Stelle hier noch ab. Wo ist denn der nächste? Ja, keine Ahnung. Wirklich, keine Ahnung, wo das Ding zu finden ist. Tja. Na gut. Dann machen wir mal wieder unsere Tagesroutine. Einmal Inventar leer. Was du kaufen könntest. Das hier. Und das. Und den Müll. Und den Beetle. Und das. Und die Papierwespe. Und den Opal. Und das auch. Und, äh. Ich glaube, das war's. Sieht so aus, ne? Haben wir noch irgendwann? Nö, ne? Na, immerhin. 30 Euro. Ja, ich kümmere mich ja jetzt um euch. Ich bin ja jetzt da. So, was kommt denn hier raus? Das. Das. Der ganze Müll. 24 Banänchen. Hier noch ein Hühnerknie. Die hatte ich so zwar nicht vor, aber mein Gott. Sonst kommt da nix rein, ne? So ein bisschen Puh, da nehmen wir mit. Jetzt muss ich mal eben gucken, dass wir noch Punkte kriegen. Cell, 7 Shells. Heute ist wieder so ein Verkaufstag. Muss ich mir auch beeilen. Ich weiß nicht, wann die zu machen. Wahrscheinlich kann ich jetzt schon eine Sache nicht mehr erfüllen. Spend tausend Ding und buy some new flooring. Ja komm. 120 machen wir doch keinen Affen. Sooo und noch einen neuen Floor. Floor, das ist Floor. So, dann haben wir die Punkte. Oma Fletch. Oh, das ist Puh. Sammeln wir die auch gleich, wenn wir schon mal hier sind. Da ist noch mehr Kacke. Was ist denn hier los? Ist ja alles vollgekackt hier. Na toll. Hier arbeitet auch wirklich keiner mehr in dem Laden. Nö, die arbeitet auch nicht mehr. Alles klar. Jetzt machen wir hier mal ein bisschen Kacke rein. Ein bisschen ernten. Können wir gegrillte Tomate raus machen. Dann haben wir ja auch aktuell ein Let's Play, wo man gegrillte Tomate machen kann. So, das machen wir morgen wieder, das Let's Play. Müsst ihr mal langsam dafür sorgen, dass wir vielleicht auch mal ein paar Folgen auf YouTube kriegen. So, hier ist alles gut, ne? Hier ist nix. Nö, alles klar. Na, 17 Uhr. Jetzt habe ich die Tiere schon nicht gemacht. Also ihr seht, das ist, wenn du sowas den ganzen Tag suchst, geht hier alles dem Bach unter. Das ist ganz, ganz schlimm. Ja, die brauchst du nicht wegpacken, weil die brauche ich jetzt noch. Und... Ach, scheiße. Mich ärgert das. Also das sind einfach nix bewerkstelligt, Chris, weil du den ganzen Tag noch irgendwelche Tiere suchst, die gar nicht da sind. Weil dir noch ein einziges Tier fehlt, was in dieser Jahreszeit angeblich unterwegs ist. Da halte ich weniger mit Streicheln auf, sondern nimm schön die Eier. Weißer, oh weia, oh weia, der Hahn liegt keine Eier. So, das kannst du wegräumen, das kannst du wegräumen, das kannst du wegräumen, ach ne, das kannst du nicht wegräumen, weil die anderen Tiere brauchen ja auch noch Futter, damit die morgen Essen haben. So ein Tag ist aber auch schnell vorbei, ne. Ich meine, auf der anderen Seite macht es ja Sinn, weil ansonsten bist du ja hier Stunden mit jedem Tag beschäftigt. Was ja auch nicht so sinnvoll ist, aber... Kommt ja gar nicht hinterher, ne. Und morgen, also, morgen müssen wir weitermachen, ne. Ich weiß, das ist... Also, mich stört das auch so ein bisschen. Aber, was will ich machen, ne. Wir wollen ja auch unser Museum fertig kriegen. Und da muss man halt jetzt gezielt solche Sachen sammeln. Die wollte... was wollte die haben? Silberpärtsch, ne. Jetzt können wir erstmal noch ein Silberpärtsch finden. Ich glaube aber, der ist in Flüssen, ne. Der Silberpärtsch, war der nicht in Flüssen? Da ist gar nichts drin. Ja, wo bin ich zu denn, mein kleines Tierchen? Wo bin ich zu denn? Hier komme ich nicht hoch, hier komme ich nicht rum. Hier können wir noch Bananen sammeln. Da ist ein Barkon Günther. Hier ist irgendwas tot im Wasser. Da ist irgendwas getrunken. Da ist irgendwas getrunken. Immer Lampen herstellen. So. Man wäre ja schön, wenn wir Clover das noch... Ne, wie heißt du? Sally? Allerdings halt ja schon noch unserer Friseurin da noch was schenken können. Klar, das Viech muss natürlich noch wach werden. Ist ja logisch. Kann ja nicht ohne. Ja. 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 Du musst, diesen Dramativenchen. Hmm. hmm Dschungel-Perche drin Silber-Perche drin Ich hoffe, das ist er. Nein, komm jetzt. Da ist doch ein Krokodil. Das will uns doch beißen. Nichts ist Schnappi. So. Nur ein totes Schnappi ist ein gutes Schnappi. Habe ich denn jetzt einen Silberpärsch? Ja. Ja. Wie sie zu dritt auf das arme Viech draufgehen. Hier ist aber auch wirklich nichts mehr. Also man sieht großindustriell hier, aber so richtig viel Leben ist hier in der Stadt nicht. Lass uns noch mal ganz kurz reden. Komm. Ja. Du hast ein Déjà-vu. Wegen mir kannst du auch mit dem rummachen. So, hier. Den Silberpärsch. Genau, der war für dich. Bitte sehr. Was soll ich reden, Mädchen? So, gehen wir ins Bett, wa? Haben wir heute auch nicht so viel geschafft. Wir können noch mal eben das Inventar ein bisschen freimachen, aber grundsätzlich. Tja. Zahn weg. Das weg. Banane und Fleisch. Und Fleisch. Dann haben wir noch einen Knochen gefunden. Für den Hund. Knochen da. Und dann können wir den Tag beenden. Und was haben wir heute so erreicht? Level 70 in Mining. Gibt es da eigentlich ein Endlevel? Ich weiß es nicht. Vielleicht finden wir es noch heraus. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Vielen Dank.